Das Prinzip dieses Videos ist das gleiche wie von Dreams Manhunt in Minecraft. Da man das Konzept schon einige Male bei Sharks gesehen hat, läuft es bei mir ein bisschen anders. Ihr werdet die Jagd durch die Augen des Jägers sehen. Meine Augen. Es gibt drei Speedrunner, die es schaffen müssen, meine Base zu raiden. Und in Ehren an den Roberto Games müssen sie, um zu gewinnen, meinen Roberto darin töten. Doch wenn ich es schaffe, sie zu töten, sind sie raus. Wir starten alle nackt vor meiner Base. Und ab dann sind beide Teams aus sich alleine gestellt. Auch ich starte nackt, nur mit meiner fertigen Base und ein paar Level. Es ist ein 3 gegen 1, doch als Jäger habe ich einen Tracker, der mir alle paar Sekunden ihre genaue Position verrät. Das ist Speedrunner vs. Jäger von der Jägerseite. Jo, moin Micky. Bin ready für die Aufnahme, ne? Jo, was ist mit deinem Mikro los? Ja, keine Ahnung. Seit dem letzten Update hattest du so einen ekligen Bug. Ja, ich merk's. Brauchst du ein neues? Ja, ja. Wär nicht schlecht. Ich kann dir der Glaube ich ganz empfehlen. Wenn du mit YouTube anfangen willst oder vielleicht auch einfach nur auf TeamSpeak oder Discord mit deinen Freunden schillen und ein bisschen zocken, dann kann ich dir das Faffa in USB-Mikrofon 806 69 empfehlen. Ich benutze es gerade jetzt in diesem Moment und ich bin mit der Qualität komplett zufrieden und mit dem Preis bin ich auch komplett zufrieden. Das Mikrofon hat einen eingebauten Soundregler, also kannst du dich jederzeit leiser oder lauter stellen, je nachdem nach der Situation. Wenn dir die Soundqualität gefällt, die du gerade hörst, dann kannst du mit dem Link in der Beschreibung auf jeden Fall so ein Mikrofon kaufen. Preis-Leistung-Verhältnis findet ihr nicht gerade Besseres auf dem Markt. Abgesehen davon kriegt es 27% billiger mit dem Code Fifi ein Micky. Der Code ist gültig bis zum 30. April, also schlag zu, solange es noch gilt. Und selbst wenn ihr meinen Code nicht benutzt, habt ihr jeden ersten Sonntag im Monat 25% Rabatt. Denn dann ist Seke Prime Day und alle Produkte sind um 25% reduziert. Und mit alle Produkte meine ich, dass es nicht nur Mikrofone auf der Website geht. Denn auf der Website gibt es auch noch einige Outdoor-Produkte, wie Sonnenschirm, Bollerwagen, Campingzeug. Also schlagt zu, solange ihr könnt. Alle Links und Codes sind unten in der Videobeschreibung. Und damit ihr wisst, was euch mit dem Mikrofon erwartet, ist das komplette Video mit diesem Mikrofon aufgenommen worden. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, seid ihr ready? Macht euch auf, ich mach die Turrets jetzt an. Wenn ich jetzt gemerkt habe, hier geht einfach rein und ich will mich davor mit Metal Shield. Ist an, Zeit läuft. Oh man, die ganzen Gramme hier, Alter. Stimmt, ich muss auch noch alles erlernen. Seid ihr so schnell? Habt ihr schon gelevelt? Wo seid ihr denn? Ja, wie wollen wir die Base soaken mit einem Level 4er-Cabo? Wir soaken sie einfach gar nicht. Müssen wir auch eigentlich wirklich gar nicht. Wir sprengen die einfach weg, die Tür. Was macht eigentlich jetzt Miki die ganze Zeit, währenddessen wir uns aufbauen? Ich? Ich baue mich auch auf und ich jag euch gleich. Ich weiß doch, wo ihr seid. Egal. Für mich ist es schon ein Sieg, wenn wir Miki einmal getötet haben. Eigentlich wollen wir ihn nur leiden sehen. Während ich mich also langsam erfarmte, hatten die Speedrunner selber Probleme. Mantas sind nicht so schnell wie Piranhas. Mantas sind auch schnell und hässlich. Aber nicht, wenn du keinen Movement Speed hast. Ah! Alter, Itoku ist fast geschehen. Das ist überlebt. Wollen wir jetzt zusammen den Noterun machen oder soll ich dann verhebt und schaue? Okami kennt den nicht. Was? Okay, jetzt ist hier ein Carp. Nee, nee, nee. Ich sterbe. Ja, okay. Ich bin tot. Als Op. Zählt das jetzt als Traveleben? Nee. Bin ich euch Killer. Passt auf Miki auf. Kann sein, dass er uns chase beim Noterun. Wenn er mich kriegt, dann war es das komplett, weil dann kriege ich gar keine Level mehr. Schwung. Also geh wenigstens auf mich oder Itoku und nicht auf Okami. Durch ihre Gespräche konnte ich mir ein Bild von den Stats machen, die sie gescaled hatten. Warum bist du eigentlich langsamer als ich, Digi? Weil ich wahrscheinlich weniger Movement habe als du. Aber mehr Gewicht. Und mehr Ausdauer. Mach mal mehr auf Gewicht, ne? Du hast gar kein Gewicht. Ich habe 300, glaube ich, oder? 500 meine ich. Ups. Hä, niemals. Dann hast du gar keinen Movement Speed und keine Ausdauer. 220 Ausdauer und 170 in Movement. Lass mal noch zwei Nodes sammeln und dann aufhören, oder? Hä, nein. Warum? Willst du den ganzen machen? Ja. Das geht doch easy. So lange dauert das nicht. Komm zu, wenn wir Miki auch nutzen können. Ja, wenn du das hinbekommst. Ja. Also eigentlich brauchen wir wirklich nur Level Flack und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich wette, Miki wartet schon hier irgendwo, ne? Auf uns. Kann er doch gar nicht. Oh, klar. Könnte ich. Warum kann ich es nicht? Ich bin bei Dano. Warum sollte er es nicht können? Er kann es nicht. Elias stirbt schon wieder, Leute. Oh mein Gott, Sarko, Sarko, Sarko. Weg hier. Habt ihr schon eure Probleme da, ey? Nö. Wenn Miki uns jetzt hops nimmt, dann wäre einfach schon ein Leben weg, ne? Das wäre übel scheiße. Das wäre gerade der perfekte Moment, um uns richtig abzufacken, weil wir haben halt nix. Hä, wo sind denn die Nodes? Ich check nicht, wo die Nodes sein sollen. Hier oben war eine. So, ich baue schon mal eine Base mit Öfen. Viel Spaß euch beim Notfall. Zehnt ist Miki sicher auch Dinos. Das weiß keiner. Vielleicht habe ich ja schon welche gezähmt und in der Base. Die Base hast du ja. Also hat das nicht. Und in der Base. Ach so, in der Base. Ich kam also zwar viel langsamer voran als die anderen, bereitete aber alles für den finalen Kampf vor. Leute, ich hab voll die gute Idee. Lass ihn mal mit Kanonen rein. Okay, wenn du 10 Stunden lang warten willst, bis es eine Kanonenkugel fährt, tschüss, gerne. Auf was willst du das denn stellen, weil die Turbets sind ja immer noch da. Wir können uns ein Quetzels nehmen und dann mitunraiden. Nee, wir können auch die Entfernung mit einem Raft. Mit einem Raft, easy. Mit dem Raft. Ich weiß ja immer noch nicht, wie die Turbets eingestellt sind, weil wenn die high sind, wird es mit einem Raft ziemlich schwer. Ich war zwar in der Unterzahl, doch ihre Gespräche zu lauschen, verschaffte mir einen Vorteil. Okay, ich baue die Base jetzt. Ja, mach mal bitte. Wir bauen aber uns schon ein, oder? Also mit Phantom und so, ne? Ja, ja, ob Herr Mickey kommt, Alter. Ja, dann sind wir ziemlich am Arsch. Er wird safe gleich da sein, Leute. Ich spüre es schon im... Ja, rat mal, warum ich hier mich beile zu bauen. Ja, alles ist, ich hab einen Wohler. Ich werd den Wohler. Weißt du, was witzig wäre, wenn Mickey so kaum vorankommt und wir dann einfach viel schneller... Eventually, ja, ihr seid einfach dreimal so schnell wie ich, theoretisch gesehen. Ja, wie viel Öfen, wie viel Öfen kann ich machen? Ein, perfekt, was fehlt mir jetzt? Stein. Jürgen, komm her jetzt, ich hab doch Stein. Ja, ich komm her. Ja, ich würde das reichen. Zwei Öfen, Leute, erst mal reichen. Holy shit, Alter. Ich hol noch mehr, warte mal, ich hol noch mehr. Hi, Toku. Ich hab Hilfen gemacht, Jungs. Kannst du noch mehr machen, wenn ich dir noch mehr Steine droppe, oder fehlt dir der Rest? Hast du genug Bleder? Ich kann noch mehr machen. Wo habt ihr denn euer Base aufgeschlagen? Guck doch einfach auf die Karte. Ich kann doch nicht auf die Karte gucken. Mach mal eine Schmitty, damit wir uns hier schon mal in eine Eisenspezial machen können. Ja, ja, Alter. Ich geh Metall farmen. Dann hol ich jetzt ein bisschen Eisen. Na komm, gehen wir rauf, Leute. Wir raiden ihn einfach mit einem Schild. Come on, let go. Aber wie sieht's bei dir aus, Mickey? Wie es bei mir aussieht, weiß ich nicht, ich bin bei euch. Wir zähmen uns auf alle Fälle gleich in Giga. Wahrscheinlich in Giga, Digga. Guck mal, ob Mickey gleich rauskommt und uns abfacken will. Aber ich bin gewappnet, ich hab 10.000 Flakrüstungen. Hast du? Ja. Neiße Blueprint, 200.000%. Was Sokami nicht wusste, war, dass ich bereits bei ihnen war. Mickey, dir ist schon klar, dass wir schneller sind als du und dich. So hops nehmen werden. Weißt du? Ich weiß es. Mickey, übersetzt dich vielleicht so ein bisschen. Vielleicht, eventuell. Weiß nicht, wird dich so, wird dich so, vielleicht. Bin wieder da. Hast du von uns ein Küsschen gegeben? Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Er kommt in der Facke an. Er ist bei uns. Komm her, Schmoppi. Komm her, komm her. Du kriegst das schöne Wohle ab. Fick ich. Das war aber knapp. Wohle, Buck, Wohle, Buck. Komm her, Wohle, Buck. Jetzt seid ihr hier zu zweit. Oh mein Gott. Wie macht das? Das war so cool. Was seid ihr denn? Drauf, drauf, drauf. Schat, 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 Schat. Nein. Hä? Ich hab gebullert, ohne zu schmeißen. Okay. Nein. Oh mein Gott. Geh weg. Oh, fast gebullert, boy. Nein. Etoko. Ich geh drauf, ich geh drauf. Komm her. Komm her. Ich werd sterben. Warum feicht die auch? War so als Frage. Frage. War richtig dumm eigentlich. Okay, Wohle, das hat der Junge. Warum hitte ich ihn nicht? Oh, das ist schwer, wenn du kein Dings hast, ne? Ja. Ich seh auch schon gar nicht mehr. Hauptsache, die Tofu Wohle hat ein und das ist ausgerechnet. Du hast dich genau im selben Moment vor Dings gestellt. Ganz ehrlich, Aim ist doch hier einfach unmöglich in dem Spiel. Geht ins Wasser, wenn er mit einer Fucke kommt. Ha, er kommt selber mit einer Fucke. Warum nimmt er die Fucke nicht? Ich hab ihn. Ah, nice, nice, nice. Einmal verklickt war genug, um zu sterben. Ja, aber eins gegen drei ist halt schon hardcore, ne? Ja, war schon. Aber du hast zweimal so knapp deine Bola verfehlt, ne? Die ist direkt von meinen Füßen gelandet. Ich hab auch zweimal knapp verfehlt. Ja, hat jeder. Aber keine Sorge, Miki, dafür hat die Tofu die Aufgabe völlig übernommen. Ey, Digga, wir haben halt so eine kranke Produktion hier gerade, ne? Also, fragst du, ob wir jetzt easy haben. Ja, ihr habt auf jeden Fall, was produziert angeht, seid ihr eigentlich viel kranker als euch. Ja, aber deswegen musst du dich eigentlich beeilen, weil irgendwann holen wir dich halt ein, so. Eingeholt haben wir dich schon, was Material angeht. Warum willst du das wissen? Wir haben drei Flak-Rüstungen. Das einzige, was du hast, ist deine Base plus Fabricator. Ha, und du denkst, ich hab keine Flak-Rüstung? Als ob ich jetzt mit meinem ganzen Stuff da reinniete bei euch. Mhm. Wir sollten uns auch Ersatz-Flak eigentlich machen. Und halt wieder low und ich weiß nicht warum, Alter. Wenn Miki jetzt ankommt, dann war's das. Guck mal, ob er gleich wieder ankommt. Er ist safe. Wir können einfach Miki sleeplos und dann fest sein, Alter. Dann kann er ja gar nichts mehr machen. Ja, ha, ha, ha. Das ist ja mega mies. Das wäre mega lustig fürs Video. Einfach so ein Cage inbauen neben der Base und dann guckt er zu, wie wir der Raiden. Ja. Er darf zusehen, wie wir ihn Raiden, so. Oh mein Gott, das ist ja so mies. Was ist jetzt eigentlich mit der Flak-Rüstung? Warum wird die nicht weitergemacht? Die wird grad weitergemacht. Du hast doch schon, wir sind doch alle drei schon full Flak. Nein. Wir sind doch nicht full Flak. What the fuck? Wo sind wir für dich full Flak? Digga, ich glaub, der versucht einfach Miki zu verarschen. Ja, ich glaub auch. Der ist noch ein bisschen los. Ihr seid so hohl, Alter. Als ob du da nicht einfach mitspielt. Ich hab noch nie so dumme Teammates gesehen. Dann kannst du tame gehen. Okay. Wollen wir aber nicht irgendwie alle zusammengehen, dass Miki auf einmal kommt? Hier, warte. Komm her, komm her. Meinst du, dass ich nicht schon längst da bin und warte? Da irgendwie alle Dinos auf dem Server low-level waren, zähmt dich einfach ein paar low-level-Peats. Leute, wir haben einen Para. Also Miki kann einfach nicht kurz kommen. Leute, oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich hätte Miki gesehen hier. Äh, wo ist Miki? Ah ne, oh. Ups. Ich hab hier gerade irgendwas aufleuchten sehen. Ich dachte, Miki wäre bei mir. Oh mein Gott, ich hätte gerade so Panik. Alter, Falter. Miki ist bestimmt irgendwo da nicht, ich schwöre es euch. Und ein Piet benannte ich nach dem Mikrofon. In der Beschreibung verlinkt, 5% reduziert mit dem Code FIFINMIKI. Ich gehe jetzt zu Miki, scoute ihn ein bisschen und dann snipe ich den ab. Äh, mach mal lieber nicht, nicht, dass der dich tötet. Macht er nicht. Okay. So. Wäre schlecht. Ihr Janktee können die Tiere nicht rennen. Ja, hab ich auch das Gefühl. Die können auch. Die verlieren zwar die Ausdauer, aber die buggen hin und her. Nee, bei mir läuft der gar nicht. Okay, ich gehe jetzt zu Miki und knall ihn mit meiner Armbrust ab. Das Ding ist, ich kann ihn nicht scouten, weil er halt immer weiß, wo ich bin. Das ist halt auch voll dumm. Lass mal Miki suchen jetzt hier. Die haben nicht mal irgendwas um die Bases zu was? Ich will ihn nur ein bisschen abfacken. Oh, oh. Er ist mit dem Piet da. Spaß. Er scoutt ja sowieso niemand. Ja, man, die Piet sind ja auch alle nur in Level 4. Die werden uns eh nicht tragen können. Fuck, ich bin auch verdurst und ich bin bei Miki in der Nähe. Fuck, Alter. Dann geh halt so am Strand. Ja, genau, am besten vor seine Turrets, ne? Ähm, ich guck mal, ob ich noch ein Female Trike finde. Wir haben so viel Metal. Damit er den Male Boost bekommt. Mal gucken, wo Miki bleibt. Ich wundere uns, dass Miki noch niemanden getötet hat eigentlich. Was hat Miki da getapet? Miki hat schon was gezähnt. Da ist ein Piet. Aha, okay, ich sollte mich verhörern. Ja, den Piet knall ich einmal mit einem Trank da ab und dann liegt der. Ey, Itoku, weißt du zufälligerweise noch, was für ein Level der Trike war, wo wir den gezähnt haben? Äh, 22. Versucht gerade seine Piet zu hitten, aber es geht nicht. Die Pfeile fliegen nicht so weit. Man kann nicht mal Miki abfacken, weil das Game einen abfuckt. Was ist der? Oh mein Gott. Male, ne? Uns wollten wir jetzt in Simpermiss Male, ja. Und ich zähle jetzt ein Female. Ah, Miki versucht mich zu grabben, okay. Ich schwäge mich dafür, dass wir uns mal Ferngläser machen. Ich muss doch abhauen. Miki chase mich mit einem Piet, Alter. Stimmt doch gar nicht. Doch. Nein. Mein Gott, ich hasse diesen Nachladepark, ich schwör's dir. Warum fliegst du mir denn hinterher, Boy? Tue ich doch gar nicht. Äh, unsere Troik wird sterben, die ich gerade gezähmt habe. Das tust du wirklich nicht, das ist in die Mordfordon. Oh. Oh mein Gott. Das ist so der kleine Piet, ich sitz da drauf. Ich dachte halt gerade. Mann, kann ich die nicht hitten? Wie weit muss ich denn nach oben ziehen? Wie weit schießt deine Armbrust? Weit. Ich hitte aber seine Piet's nicht. Dann musst du zählen. Ja, wie hoch denn? Hoch. Ich weiß halt auch nicht, ob er noch einen dritten Piet hat und mich jetzt gleich von hinten grabbt. Oder ob das sein einzig Bein an der... Ich würde davon ausgehen, dass er noch einen dritten hat. Ich auch. Ich würde davon ausgehen, dass ich 15 habe. Du kannst einfach Bolan und zwei Shots auf den Kopf setzen, dann ist das Ding weg. Ja. Dazu muss aber auch einen Moment kassieren, wo es nicht schleckt. Und wo mich keine Dings verfolgen. Oh mein Gott, er ist bei mir, er ist bei mir. Holy shit, holy shit. Was willst du mit deiner Cheatine-Rüstung, Bol? Ja, als ob ich mit meinen guten Stuff zu euch komme. Du hast wahrscheinlich noch keinen guten Stuff, musst du erwarten, bis dein Metal-Hash gepfondt ist. Ja, ist ja auch so. Dieses scheiß Dings hier, Alter. Das ist so... Junge! Wir brauchen auf jeden Fall mehr Dings. Hab den Miki! Hab den Miki! Junge, die Dinger bauen auf mich ein, Alter. Das ist so richtig... Die haben richtig angegriffen. Die haben richtig angegriffen. Die haben schon mal eine... Alter, das ist so... Wie wundert war das denn? Das war vier gegen einen, Junge. Oh, ein Mikroraptor. Oh mein Gott, ich gebe mir ein Mikroraptor zu. Ich nehme ihn so auseinander, diesen Miki. Er kann mir gar nichts mehr mit seinem Pizza. Wir holen mehrere Mikroraptoren, Alter. Das ist jetzt richtig wundert hier, Alter. What happened? It happened. Das ist richtig wundert. Mir ist die Ausdauer runtergegangen. Ich fliege runter in einem Wald. Genau unten drunter. Perfekt drunter. Ist ein f***ing Alphacano. Oh mein Gott. Man konnte sich selber auf der Map nicht sehen. Dadurch verlau ich ca. 20 Minuten, indem ich mich verlief. Ich hab mich verlaufen. Boah, das ist nur seine Masche? Ne, ich hab mich tatsächlich verlaufen. Junge, was habt ihr denn hier schon alles gezähmt, Alter? Oh mein Gott. Hä? Ich bin schon wieder hier. Oh mein Gott, Alter. Wenn ich mich dann nicht auf der Map sehe, ich verlaufe mich permanent gerade, ne? Ich hab grad so viel Zeit schon verloren. Das Gute ist, ich hab den Weg zurück zu meiner Base gefunden, nachdem ich so lange verlaufen hab. Und für die nächste halbe Stunde farmte ich einfach. Ich farmte alles, was ich brauchte. Den langweiligen Teil kann ich euch ersparen. Ey, wisst ihr, was eigentlich voll schlau von Miki wäre, wenn er einfach für 1-4 gehen würde und unsere Base einfach one-shotten würde? Das wird er nicht schaffen, weil ich die ganze Zeit in der Base bin. Oh, okay, das ist gut. Meinst du? Was bringt dir das, wenn du da bist? Wir haben zwei Paras. Und jetzt? Ich werd dich sehen. Du siehst mich und dann bist du tot. Leute, jetzt ist niemand an der Base. Die Bases jetzt aufgesprengt werden sind alle weg. Alles, was wir bisher gefahren haben. Ey, Junge, ich heule, wenn er irgendwo eine Pop aufgestellt hat. Aber ich glaub, dafür hat er nicht genug Metz. Ich mein, nicht mal wir haben genug Stuff dafür. True. Miki müsste erstmal Crystal holen. Ich komm, Miki wird jetzt gleich, hops, genommen. Hä, wir haben gar kein Metall mehr, ne? Just saying. Doch, wir haben übel viel Metall. Nein, wir haben gar nichts mehr. Äh, er kommt mit einem Sack. Oh, nee, das bist du. Oh, Gott. Oh, Kami, Alter. Komplett Paras. Ich hab keinen Namen gesehen, Alter. Ich hab keinen Namen gesehen. Ja, die hat solche Paras, der Typ. Jetzt lass mal ein bisschen Metall holen, Boy. Yes, ich hab nur den Paracords woanders hingestellt. Ich frag mich echt, was Miki macht. Muss doch bisher voll langweilig sein, oder nicht? Ich mein, was? Der fahrt wahrscheinlich. Aber das Ding ist, er kann's dich auch nicht anders erlauben, weil er ist halt in der Unterzahl. Ja, true, aber wer weiß, wie schnell er farmt. Ich glaub, unser Paarer hat Miki grad gesehen. Ja. Hat er? Der leuchtet grad auf. Ja. Aber warum wird uns nix angezeigt? Warum? Hast du nicht auch grad ein Pfeil gehört? Nein. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht home. Nee, nee, gerade eben. Vor einer Sekunde. Komm, geh rein jetzt. Schnell, schnell, schnell. Das warst du, der mich da angeschossen hat. Nein, davor, davor. Ja, schon wieder, er leuchtet schon wieder auf. Nee, der leuchtet doch immer auf, oder? Ja. Oh. Alter, ihr seid so lost, ne? Junge, wenn er mit C4 ankommt und all unsere Fortschrittsverdichtung wäre halt richtig scheiße. Deswegen müssen wir uns auch mal ein bisschen ranhalten. Okay, wir brauchen nur noch Kristall, aber Itoku ist immer noch nicht da, nach 100 Jahren. Erstens, hast du keine Map? Du weißt nicht, wo du hinfliegst? Ja, Digga, warum schickst du auch den Typ? Warum gehst du in der Typ, der keine Aufklärung hat? Nur ein Witz, Alter. Dann lass doch lieber mich gehen. Zweitens, kill ich grad die ganze Zeit unter anderem Tech-Viecher. Junge, warum geht denn auch Itoku, der losteste... Und drittens, der 2*** Speed komplett überladen, hat nur noch 20 Gewicht oder so ein Scheiß, Alter. Also halt die F***. Außer brauchen wir gar nicht so viel Kristall, Itoku, zu save. Ich komme mit 60 nach Hause. Ey, wir brauchen nur Befehl, das heil, what the f***. Und dafür hast du so lange gebraucht, für 60... Mein Beat ist überladen! Und ich habe noch 230 Zement, weil ich Biberdamm abgeklappert habe. Junge, warum nimmst du denn auch zu viel auf einmal mit, wenn du deine... Hä, weil... Warum nicht? Ist doch gut, Alter. Weil ich auf dem Weg bin. Ich bin jetzt gleich da. Das sagt ja schon seit 100 Jahren, Alter. Hört nicht auf ihn. Habe ich auch noch nie. Micky eigentlich auch auf dem Server, oder nicht? Das wäre ja genauso, wenn Micky uns fragen würde, spielst du überhaupt auf den Terms? Oh, ich kriege gar nichts von euch mit. Darf man nicht mal ein bisschen provozieren, Elias, Alter? Was? Vielleicht verkacken wir den Run auch und müssen nochmal neu anfangen. Nein, wir verkacken ihn nicht. Ja, als ob... Ich vertraue dir gar nicht. Du hast gar keine Ahnung von diesem Spiel, also sch***. Habe ich ja auch nicht. Ja, guck. Du willst mir irgendwas erzählen, dass du irgendwie direkt für's frei schaffst. Als ob er uns jetzt mit C4 hier raiden würde, Digi. Das ist doch dumm. Selbst wenn... Wir brauchen übrigens noch Benzin. Ja. Ja, 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 ja. Alles wieso. Itoko kümmert sich gleich drum. Äh, Weapons. Explosive. Wir brauchen 50 Electronics. Wie viel Level hast du? Wie viel brauchen wir? Weee. Äh, wir brauchen viel Poli. Sehr viel Poli. Was ist denn sehr viel? Wir brauchen allein schon 20 für einen Detonator. Oh mein Gott, ich hab einfach die Baba-Idee. Wir ziehen den mit einer Quäpling ins Wasser und dann mit einem Barionix stunnen wir den die ganze Zeit. Barionix? Oh mein Gott. Okami. Ist auch hart lustig, was er da sagt. No one. Absolutely no one, Okami. Barionix! Es ist grad so neblig, wenn Miki jetzt hier kommt bei so der Nacht-und-Nebel-Aktion, dann bin ich am Arsch. Ist es bei dir auch so neblig, Miki, oder ist das irgendwie so? Es ist ziemlich milchig, ja. Oh Gott, Alter. Der bist auch im Summ. Aha, aha. Ja, es ist nicht auf der ganzen Map, Okami. Es ist nur im Summ so. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, was Okamis geistigen Zustand angeht? Itoko will, dass ich komme. Du ihm? Um euch zu raiden. Kannst du gerne versuchen. Ja, wir müssen doch nicht unser Base verteidigen, das ist ja kein Piss. Ich wette, ich wette, er baust das Ganze. Du bist die ganze Zeit hier so und sagst du, was ist denn, wenn Miki mit C4 ankommt und unsere Base weg sprengt? Aber ist er ja bis jetzt noch nicht. Ich wette, das ist das. Miki ist hier. Wo? Lol. Was ist denn hier? Er ist im Eisgebiet, ist im Eisgebiet. Ja, dann ist er halt im Eisgebiet. Mir doch egal. Als ob er hier ist, der Pisser. Das bin ich, der Dummkopf. Der wird jetzt weggebohlert, der Junge. Das bin ich, der Dummkopf. Ernsthaft, bist du grad hier? Oh mein Gott. Warum bist du hier? Ich hasse euch. Weil du 10 Jahre brauchst, um Dings zu holen, Alter. Oh mein Gott, ich wollte gerade den Piss lieben. Sorry. Hier, bau die ab, bau die ab, aber mit dem Knüppel. Und danach sagst du nie, ey, Junge, du hättest so viele Dinge haben können. Mit dem Knüppel. Ich habe aber keinen. Ich habe dir gerade einen hingelegt. Oha, man kriegt ja richtig viel. Holy shit. Oh mein Gott. Elias war alleine in deren Base. Das war meine Chance, um ihn aus dem Spiel zu holen. Ja. Okay. Hast du mir schon verstanden? Okay. Sollte Miki gehen? Junge, so viel Polymer kann ich gar nicht tragen, ne? Ich dachte gar nicht, dass das wäre Miki, ne? Weil Itoku wieder nichts gesagt hat, dass er hier ist. Weil du an den Strand Dings geholt hast. Da dachte ich mir, okay, komm, klar. Miki ist bei unserer Base Nummer so, by the way. Bei dich, Miki. Mach schon mal C4, falls er noch sprengt. Ich habe C4. Und das als Einzelner hier ist auch echt schade. Hä, aus dem Polymer wiegt der auch voll viel. 5 pro 20er Dings. Oh Gott. Ich habe knapp 300. 100. What? Wo ist sie? Au, aua. Yo, der hat meine Hose gewandt. Was soll das denn? Agnes, von wo hat der geschossen? Ich glaube, da ist das echt uncool. Miki, lass mich mal dringen, okay? Oh, sch**. 100 gefallen. Junge! Lol. Lol. Als ob ich von Hosona-Höhlen sterbe. What the f**k? Die Base ist jetzt komplett unbe... Oh mein Gott. Junge Elias, du bist so ein Lass. Warum baust du auch Sleeping Bags? Warum hast du noch keine Betten gebaut? Weil du Sleeping Bags hattest. Ja, aber du hast dich darüber aufgeregt. Ja. Ja, warum hast du nichts geändert? Ja, weil ich... Ja, keine Sorge, wir sind gleich da. Ja. Ich sehe schon unsere Diener vor. Junge, wenn er uns jetzt sprengt, Alter, der hat dein Zip... Hast du es mitgenommen? Okay, er hat unseren Sarko gecaved. Ich hab im Inventar... Ist es dein Ernst, Elias? Ist es dein Ernst? Nee. Wie? Oh mein Gott. Wie das kann man sein, Elias? Ich schwöre das, Tim. Ey, ich hab's lieber im Inventar, als der die Base strengt und das Zip... Ja, aber stimmt, er hat lieber einfach ein Falldamage. Ey, weißt du, wie niedrig das war? What the fuck? Okay, er lockt unsere ganzen Dinos weg. Ich sehe ihn da. Er fightet gegen unseren Strike und unseren Barionics. Ja, wow. Du musst einfach ein bisschen Movement haben. 91 ist der mittlerweile wild. Habt ihr ein Level bekommen. Hey, auf, auf, Miki. Hitoko, bist du ready? Bist du noch Hit bei mir? Der ist bei uns, war Base. Ja. Bist du hinter mir? Drauf, 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 drauf! Ich bin noch nicht da. Jungs, ich sehe doch, wo ihr seid. Ach so, wow. Das war wieder eine Taktik von Hitoko. Ich check das immer nicht. Ey, wo ist der? Ah, er hat's aufgespringt. Aha. Hat er wirklich? Ja, er ist in uns, war Base, aber ich hab mein Z4 wieder. Dann ist gut. Hast du auch noch Detonator und alles? Dann können wir ihn raiden. Solange die Trikes noch nicht gekillt hat, ist alles easy. Ich geh in die Richtung von seiner Base, weil er ist on foot und ich bin auch on foot. Ja. Der Scheiß auf, der Scheiß auf unsere Base. Solange du die C4 hast, ist alles easy. Ja, ich hab's C4. Ich versuche ihn trotzdem zu nutzen. Der wird ja nicht viel Money haben. Der wird nicht viel Money haben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Ich hab ihn verloren. Aber könntet ihr vielleicht doch mal zu mir kommen, damit ich Unterstützung hab? Wir sind doch bei dir. Hä? Wo denn? Ah. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Der kann ja meinen Piet ansnipen, Digi. Ah, ich hab nur 4, äh, 4 C4. Okay, er schießt meinen Piet an. Er ist noch in der Nähe. Er ist in der Nähe, er ist in der Nähe. Ja, das war mir bewusst. Was? Ja, okay, okay. Er ist auf der anderen Seite, er ist auf der anderen Seite. Oh, der hat meinen Piet schon weggesniped, Alter. Ist das ein Joke. Okay, was machen wir jetzt? Für seine Base laufen. Ja, Digga. Und auf die Togowaufen. Junge. Dass er ihn crept und killt. Ja, wow, wahrscheinlich. Ich bin voll mit Poli, ich kann das nicht. Wirf das Poli weg, das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Wirf alles weg, was du im Piet hast, was wir nicht brauchen. Die Trikes sind halt echt lahm. Für den Fall, dass wir nochmal hier kämpfen würden, tötete ich ihren Scout, savete mein Kit und brachte mich um, um in der Base zu spawnen. Ich hab jetzt leider auch nicht so viele Parachutes vorbei, doch ich hab genug. Ja, Micky hat seine Base zugebaut mit den Spikes, der hat sich selbst damit... Ausgesperrt? Die Torrets werden nicht schießen. Die Spikes waren tatsächlich da, um sie vom Zocken abhalten zu können und sie in die C4-Trap zu locken. Ja, Micky ist jetzt bestimmt angespannt. Wie viel C4 haben wir? Wir dürfen es damit halt nicht verkaufen. Vier. Vier. Reicht das überhaupt? Ja. Safe. Wir müssen ja neuen die Base kommen. Oh mein Gott, das sind jetzt halt echt Holzbikes nur. Das heißt aber, wenn er Holzbikes gemacht hat, dass er übel viel dafür gefarmt hat. Und das heißt, dass er nicht so viel mehr Munition gehabt haben kann. Soll ich nach oben gucken einfach? Ja, einfach nach oben gucken und hoffen, dass Micky uns nicht abballert. Tja, zum Zocken waren die Thames aber zu low. Oh mein Gott, wir kriegen viel zu viel Damage, viel zu viel Damage. Das klappt nie als mit Troiks. Egal, ich bin jetzt schon, mach irgendwie 3-4 Schuss, nur noch ein Viertel. Okay, mein Schild kann ich nicht benutzen. Das heißt, ich bräuchte einen Komplettflag und ich weiß nicht, wie krass, ähm, wie krass jetzt das Ding ist. Das ist der Damage. Er schießt einfach rüber, Alter. Ja, lass mal die Ding so anders hinstellen, die Troiks. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir tatsächlich von vorne kommen und alle, die wir haben, einfach voranschicken. Und das hinter den Thames sozusagen. Okay, dann lass einmal rumgehen, oder? Mir fehlte aber noch etwas an Metall und es gab in der Nähe nicht wirklich viel zum Farmen. Wenn Micky keinen Piet hat, ist halt GG, weil dann kann er uns jetzt nicht abfacken so schnell. Wir sind zu dritt, wir können es schaffen, wenn wir mit dem Suizidkommando machen. Wir haben zwei Strikes, wenn wir uns hinter den verstecken, so. Ja, wir müssen halt alle Dinosite checken. Wo da sind die Fronten. Level 3, 4 und 4. Kämpfkart gegen Micky, ne? Nein, komm doch mal, Elias, komm doch mal bitte zu den Thames. Ja, ja, ich komme. Das war ja auf dem Weg, der Bock. Ich habe wieder diesen Buller-Bug. Okay. Weil, dass du nicht aufstehen kannst. Äh, nee, dass er gar keine schwingt. Wow. Oh mein Gott, jetzt greift mich der T-Rex an. Und ich komme nicht von dem los. Ja, rip. Oh mein Gott, Junge, warum du? Ausgerechnet der mit dem Z4 ist, dein Ernst? Warte mal, wir können doch Trikes-Seite easy machen. Ja, ja, das ist ja nicht das Problem. Und der Rex ist direkt wieder mein Reich gefasst. Ja, okay, dann haben wir jetzt noch drei weitere Trikes. Vielleicht könnte ich mal ein Stoff schaffen. Deine Leiche ist auch dort. Was meint ihr, drei Trikes? Könnte das was werden? Also jetzt haben wir Fremdling durch? Nein. Okay, ich gehe kurz ran an die Leiche. Oh mein Gott, hier ist Micky. Wo bist du denn? Hier im Wasser. What the fuck? Oh mein Gott, er hat eine Falle. Renn, Renn vor uns. Lass dich jetzt nicht holen, Digga. Du bist der Einzige mit dem C4. Am besten bist du es mir oder so. Und nicht dir selbst. Du wirst schon in der Folge so oft gestorben jetzt. Pass auf, Elias. Ich wollte mein Flux-App nicht riskieren. Doch den Rex lockte ich in die Richtung meiner Base. Um ihn den Weg dorthin etwas zu erschweren. Das geht echt nicht klar. Du stirbst viel zu oft. Ja, ja. Soll ich noch eine Karbo ziehen? Alles, was du zu finden kannst eigentlich. Wir haben ja nämlich neun Tames. Wenn wir da mit ganz vielen reingehen, dann könnte es vielleicht was werden. Ich glaube, der T-Rex macht gerade Micky Probleme. Meinst du, dass der T-Rex mir etwas kann? Ich sah zumindest so aus am Weiten, als ob der T-Rex angreifen würde. Ja, Junge, du hast die Turrets. Ja, das kriegen wir hin. Keine Sorgen. Erinnert euch dran, dass nur Elias dafür gesorgt hat, dass ich mehr Turrets habe. True, eigentlich. Ursprünglich hatte ich nämlich nur vier Turrets aufgestellt. Doch da Elias meinten, dass sie mich easy fatzen würden, stellte ich vier weitere hin. Ja, ich will, dass Elias reingeht, aber dann kriegt er meine Rüstung. Elias, komm jetzt aber endlich mal zu mir, what the fuck? Ja, ja, chill doch mal. Ich habe doch noch hier eine 33er Karbo und Micky ist doch nicht bei mir. Okay, 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 okay. Fuck off, alter, dreckiger A-Sohn, Alter. Was ist los? Junge, Itoko, ich muss das alles behiepen. Ja, ist halt so, aber dieser Drex, jetzt war ohne Scheiße. Ja, okay, komm. Der Drex, Rex, backt mein Viech komplett. Ich war nicht mal in der Nähe, Alter. Was warst du denn überhaupt bei einem Rex? Der steht vor Micky's Base. Ich wollte den weglocken, Alter. Flieg über ihn, auf einmal bin ich eh neben drin, Alter. Ich habe doch gesagt gehabt, den Drex anzulocken war eine gute Idee. Carbos, was ist denn mit den Carbos? Die werden jetzt alle nacheinander sterben. Ja, ja, lass die reinlaufen, lass die reinlaufen. Geht nicht. Wie soll er die denn reinlaufen, wenn er kein Piet hat und du starst? Junge, warum ist da jetzt noch ein T-Rex vor seiner Base? Seit wann denn? Ich habe mich vorhin hierher gelockt. Spikes angreift, wenn der noch nicht tot ist. Der Rex greift unser Carbos an. Du wartest hier und ich und die Toku müssen den irgendwie weglocken, sonst führt das zu gar nichts. Kannen wir den Rex nicht töten? Was für ein Level hat denn der? Der ist auch nur Level 3. Kann man den nicht schnell töten? Wir können den auch einfach kurz turpo holen, damit der liegt. Okay, er liegt. Eigentlich können wir den auch direkt mitnehmen, oder? Ja. Ihr müsst dann noch mal kontrollieren, ob irgendwas hinten ist, weil wenn ja, müsst ihr es mitnehmen. Ich gehe jetzt einfach straight nach vorne zu seiner Base. Ja, die Toku kontrolliert, ich nehme noch den Rex mit. Es war soweit, sie waren da. Ja, der finale Kampf konnte beginnen. Aber die Carbos haben sich durchgehalten, ey. Micky, können wir etwas ausmachen? Aua. Perfekt. Ich habe Knochen gebrochen, by the way. Mein Gott. Der braucht von lang? Oh mein Gott, er ist auf dem Stein. Nein. Itoko. Komm, lass ihn killen. Pass auf, Itoko, der schieß genau auf dich. Auf welchem Stein ist er denn? Ich sehe nicht. Digga, wo ist er denn jetzt auf einmal? Er war doch gerade noch auf dem Stein, bin ich stumpf. Barry greift ihn doch an. Nein, der greift mich an. Also der folgt mir. Lass kurz ein bisschen Fleisch, äh, hier. Ähm, Okami. Leider, warte, für dich? Ja. Ja, ja, warte. Also, theoretisch könnten wir uns noch einen Piet sehen. Hier liegt ja noch der Piet von Dings. Ach, scheiße. Ja, ne, komm, scheiße. Digga, ich wurde schon wieder angeschossen, what the fuck? Und wohnt denn diesmal? Aber er hat auf meine Postplatte geschossen, der Luke. Naja, der hat halt eine Flinte, what the fuck. Aber die ganzen Dinos sind neutral, das heißt, die greifen den jetzt an. Oh mein Gott, Alter, ich bin stark gewesen. Dann machst du dich doch nicht auf dem YouTube, oder? Doch, das ist doch besser. Der Barry wird jetzt sterben, weil die Turtles auf dem. Ich muss den schießen, ne, doch noch nicht. Oh mein Gott, mit Brodan. Elias, warum hast du keine Raries? Sag's mir bitte. Weil ich O-Wade war und ich für den Petschi nicht so viel biegen durfte. Und deswegen hab ich alles rausgebracht. Das macht dich auch mit Brodan, okay. Äh, Otoku, treifst du ja? Ne, Miki schießt mich. Die gehen schon rein, die gehen schon rein, die Trikes. Ja, gut. Daher, daher, daher. Oh, der Rex ist inzwischen gestorben. Leute, los, los, treif die, treif die. Bin ich da, habe ich doch. Miki hat mich fokussiert, Miki hat mich fokussiert. Alles ist drin, alles müsstet rein, reinrennen. Ja, alles dann rein. Okay, rennen wir, rennen wir, rennen wir oder was? Oder warten wir einfach, oder wollen wir erstmal soaken? Ne, aber erstmal soaken, würde ich sagen, weil uns bringt es nix, wenn wir jetzt reingehen und die Spikes aber nicht kaputt gehen. Hier ist Miki, nix von uns. Ja, ich bin alleine gegen drei, was willst du denn? Mit nem Haufen Turrets. Ja, mit nem Haufen Turrets. Ja, gut, aber er kann das sein, dass die gar nicht schmissen, kann das sein, dass die Turrets leer sind? Die schießen nicht mehr. Nein, 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 die werden blockiert wahrscheinlich. Ah, das kann auch noch gut sein. Oder die sind all die Player. Warum machen die jetzt nicht kaputt? Doch, aber das braucht halt ein bisschen. Glaube ich. Jetzt kaputt, oder? Ne. Nein. Ich habe halt auch absolut keine Lust, irgendwie ranzugehen. Doch nicht. Hitoku geht ran. Wie wollen wir das machen? Ja, geht. Ähm, 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 Elias, gib mir bitte dein Schild. Warum? Ihr könnt es probieren, oder? Ne, du probierst es. Die greifen gar nicht die Dings an, weil die einfach nur dagegen laufen. Komm her, komm her, komm her. Elias, komm zurück, komm zurück. Komm mal. Komm, du nimmst den Flak, du nimmst Ars. Das ist alles, du, du musst, du, du probierst es. Ja, ich meine ja nur, ich, nein, du sollst es nur schon mal generell nehmen und gib mir deinen, deinen Dings, deine restlichen Flak, die du noch hast. Ja, äh, ich habe nicht mal deine Flak bekommen. Doch, ich habe sie gedroppt, Diggi. Nein. Die Doku versucht mich hier zu, mit einem Feind zu ausmachen, Alter. Nein, wurde. Achso, war mein. Warte, hier. Der Patsch ist blockier. Ja, okay, das können wir komplett vergessen. Soll ich vorrennen und du versuchst zu runnen? Ja, es klingt uns nix, wenn die Spikes da sind. Sonst, wenn die Spikes da sind, kommen wir sowieso nix rein. Eine Idee hätte ich noch. Sehr gut. Eins. Es duckt einfach, guck dir den Strike an. Es duckt einfach, es ist so lächerlich. Nee, es hat keinen Sinn, es hat keinen Sinn. Die Strikes haben sich da zu dritt gebackt. Was soll das bitte? Elias, du bist gestorben, oder? Ja, ja, hier, sein Ding. Näh, ich habe ihn, ich habe ihn. Ausknocken. Ja, ich torpor ihn. Torpor. Junge, lauf nicht vor mich. Bleib einfach stehen, Toco. Pass auf, der wird der Willding. Knife-Marschein. Junge. Mann, wie liegt der denn endlich? Er ist gegen. Junge. Wie viel hat der geskillt? Das kann gar nicht sein. Nee, das kann gar nicht sein, Digga. Doch, ich habe 32 und ich habe gerade die ganze Zeit Stimberries gegessen. 32 wahrscheinlich, 32. 20 Piles, oder? Jo, ich sehe, ich bin ja auch ein f***ing Stachelschwein gerade. Ich bin ein richtiger Igel. Hast du noch das C4? Ja, oder? Ja, das schaffen wir aber nicht. Wobei, der Rex blockiert ein bisschen. Wie ist der Rex eigentlich reingekommen, ohne die Stacheln da? Der läuft drüber. Wow. Ich weiß nicht mal, ob wir es geschafft hätten, hätten wir jetzt noch so ultra viele Tricos haben können. Wir hätten halt die zwei Tricos prümen können, damit wir noch einen Imprint-Boost haben und so. Ja, guck mal, wir haben ja nicht mal... Wir haben sich einfach ineinander gestrangen. Du meinst, ich bin dumm, oder wie? Dein Name wird mir hier angezeigt. Lol, jetzt nicht mehr. Da ist ein Loch in der Wand, Etoku, just saying. Aber das schaffst du trotzdem nicht. Ich meine, wenn seine Rifle schon so viel Damage macht, dann werden die Turrets uns easy machen. Etoku, Etoku, ich sage dir, wo ein Loch im Zaun ist. Liegst du da in der Luft, Alter? Ja, aber ich helfe ja nicht mit. Nur indirekt. Ich gebe nur Calls. Das kannst du trotzdem. Kann ich nicht einen Run. Micky, kommst du dir? Er ist direkt vor dir. Als ob es jetzt sogar Calls gibt. Klar. Hat mich echt... Wie viele Dings wir gebraucht hätten, wie viele Narko-Pfeile, um den zu kriegen. Ich mache jetzt die... Ich mache jetzt so viele Turrets aus. Ja, also es hätte schon Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel auch eine Kanone und so, aber das wäre halt auch so ultra lang. Ich weiß ja nicht, ob du so Bock hast, Opsi zu farmen und so. Ich habe viele Turrets ausgemacht. Einen oben, drei unten. Äh, Lolokami, ich sehe dich da fliegen. Pass auf, Etoku. Der ist bei dir, der snipet. Ein Junge, der gibt sogar Calls. Das ist... Ich sehe ihn doch. Ja, Etoku weiß eh Bescheid. Ich sehe es doch. Etoku ist ein smarter Player. Guck mal, Etoku ist für Smart. Er weiß genau Bescheid. Er spielt nur mit dir. Natürlich. Nein. Hello. Nice. Etoku hat sich geopfert für das Team. Aber hast du dich in die Luft gejagt? Ja. What the fuck? Etoku hat den Märtyrer gespielt. Einmal klatsch für Etoku. Einmal klatsch für Etoku. Vorhin, ich dachte, er will mich bowlern. Ich bin kurz vorher gebremst, damit er seine Bowler schmeißt und dich da rein dingst. Aber nein, das explodiert einfach. Die Base ist in Sicherheit. Etokus Selbstopferung brachte ihn um sein Leben und um den Sieg. Doch wie wäre es ausgegangen, wenn ihre Thames ein höheres Level hätten? Oder sie in der kurzen Zeit ein BP für Sättel gefunden hätten? Jedes Abenteuer schlägt einen anderen Weg ein. Und auf den Weg von meinem YouTube-Abenteuer würde ich gerne bis zum Ende dieses Jahres die 50.000 Subs erreichen. Also vergiss nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Und natürlich die Links in der Beschreibung abzuchecken. Ich bin euer Micky. Peace out. Ich bin euer Micky. Ich bin euer Micky.